Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und heute habe ich ein richtig schönes Video für euch. Ich wollte das schon die ganze Zeit hochladen bzw drehen, aber da kamen ein paar Sachen etwas später. Es ist nämlich ein kleines Haul-Video und normalerweise blende ich bei meinen Hauls auch immer so ein paar kleine Tutorials mit ein. Das werde ich jetzt hier nicht machen, ich werde euch aber so ein paar Looks einblenden, die ich mit den Sachen geschminkt habe, weil ich hatte die schon was länger. Ich hatte das Video auch schon mal gedreht und irgendwie war der Ton dann schlecht und deswegen habe ich gedacht, ich mache das einfach nochmal. Ist nicht schlimm. Und zwar der Hintergrund ist der. Ich wollte mir zum Geburtstag mal was richtig cooles kaufen. Ein tolles Make-up aus Amerika. Ich habe eine tolle Make-up-Artistin entdeckt über amerikanische YouTuber. Habe ich mich anfixen lassen. Und zwar geht es um Pat McGrath. Und die hat Lidschattenpaletten. Die nennt sie Motherschat Paletten. Und diese Paletten müsst ihr euch vorstellen, ich zeige sie euch gleich. Die sind alleine von der Verpackung her schon so schön. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist richtig kunstvoll. Also wirklich ganz toll. Und die Pigmentierung und die ganzen Farben sind auch wirklich richtig der Knaller. Was ich jetzt hier machen werde, ich werde euch zeigen, was ich geschockt habe. Dann werde ich euch ein paar Swatches zeigen. Ich werde euch zeigen, welche Luchs man damit kreieren kann. Und dann werde ich auch noch, Trommelwirbel, eine tolle kleine Verlosung starten. Und zwar hat mir die Firma nämlich aus Versehen ein paar Sachen doppelt geschickt. Und ich dürfte die aber behalten. Insofern kann ich das jetzt an euch verlosen. Da freue ich mich total drüber. Weil geteilte Freude ist ja doppelte Freude. Und wenn ihr jetzt das erste Mal meine Videos seht, dann würde ich mich freuen, wenn ihr schon mal hier meinen Kanal abonniert. Und ansonsten wünsche ich euch allen natürlich ganz viel Spaß jetzt mit dem Video. So ihr Lieben, dann zeige ich euch jetzt erstmal komplett, was ich bestellt habe. Und dann gehe ich auf die einzelnen Produkte ein bisschen genauer ein. Ich will das Video auch nicht zu lang machen. Also ich habe mir erstmal ganz neu, was die ganz neu in ihrer Kollektion haben, ist ein Lipgloss. Und zwar nennen die sich Lust Gloss. Ich habe es jetzt in Bronze Temptation bestellt. Es gibt glaube ich 10, 15 Farben. Angefixt hat mich Michelle Wang. Die ist eine amerikanische YouTuberin. Und die gucke ich total gerne, weil die reviewt hauptsächlich nur High End. Und dadurch lasse ich mich leider häufig anfixen, auch mal solche Sachen auszuprobieren. Und damit hat sie es auf jeden Fall geschafft. Ich blende euch mal den Namen auf jeden Fall von ihr ein. Könnt ihr mal auschecken. Ist super genial. Und auf jeden Fall sehen die so aus von der Verpackung her. Und die wird es auch in der Verlosung auf jeden Fall geben. Also darum dreht es sich hauptsächlich. Die zeige ich euch aber dann mal ganz am Ende. Dann habe ich mir einen Lippenstift bestellt. Und zwar sieht das so aus. Also in der Verpackung kommt das so. Moment, ich muss mich mal hier ummelden. Mega schön. Das ist, da sieht man so einen richtigen Kussmund. Und zwar aber so glitzernd. Die hat auch immer so Werbung auf Instagram. Wisst ihr mal, Pat McGrath, also die das hier macht. Ich gebe es mal ganz nah ran, vielleicht, dass ihr es sehen könnt. Die hat immer so 80er Jahre Musik. Total geil. Da kriegst du richtig Bock auf Party und auf ein ausgefallenes Augenmake-up. Also mir hat das total gut gefallen. Und diese Paletten sehen alle toll aus. Und alleine diese Lippenstift-Verpackung ist ja der Hammer. Und das geht dann so, dass man das so aufdreht. Und dann ist hier drin, kommt dann der Lippenstift. Und jetzt passt auf. Das ist der absolute Shit. Also da habe ich echt gedacht, so what? Das sieht hammermäßig aus. Und zwar sehen die so aus. Richtig hochwertig. Mit diesem Mund dran. Das ist der absolute Hammer. Und die Farbe, ich habe jetzt die Farbe Peepshow, heißt die. Das ist so ein Nude-Ton. Und ich habe den auch drauf. Das ist jetzt allerdings schon ein bisschen weich und her. Ich ziehe den nochmal nach. Und das ist halt ein richtig toller Nude-Ton, aber matt. Und der Lippenstift an sich selber ist halt auch total matt. Also ich fand das mega interessant. Ein sehr teures Teil. Der heißt hier Peepshow, ja, in der Nummer 16. Fühlt sich mega leicht an auf den Lippen. Super teuer. Kostet 38 Dollar. Bisschen hart. Aber ich habe mir gedacht, ich probiere es. Ich glaube, den hat Tati empfohlen. Und da habe ich gedacht, okay, ich probiere es aus. Also wenn ich da schon eine Bestellung mache, dann mache ich es auch gleich richtig. Und ich habe Geburtstag und da habe ich gedacht, man gönnt sich ja nun nichts. Okay. Also der war hier in dieser Verpackung drin. Dann zeige ich euch jetzt erstmal die Lidschattenpaletten. Und dafür ist die auch total bekannt. Die hat Paletten, die nennen sich Mothership-Paletten. Also so nennt sie die. Mutterschiff. Ihr müsst euch die Werbung angucken. Da fliegt man echt ab. Also es ist wirklich richtig, wirklich geil gemacht. Die, die ich jetzt hier auf dem Auge habe, das ist die erste. Die nennt sich Mothership Subverses La Vie en Rose. Und das ist auch hier mit so einer Verpackung, also dass man das so aufmacht. Ganz süß gemacht. Also richtig cool. Alleine, wie das hier ausschaut, dass man sowas in der Kollektion hat, ist einfach schon der Hammer. Ich zeige sie euch gleich mal. Erstmal kurz alle zusammen, sondern gleich einzeln. Und zwar kommt das, ich habe das in einem Dreierpaket gekauft. Da kommt so eine. So rum. Diese hier. Und diese hier. Also die sehen alle sehr, sehr geil aus. So, ich fange mal mit der an. Das ist hier La Vie en Rose. Die habe ich auf dem Auge drauf. Und das sind, da kommt ein großer Spiegel mit. Und das hier sind die Lidschatten. Das Gold ist so krass pigmentiert. Dieses Blau ist unfassbar. Also das ist auch besser als aus meiner Natasha Denona Palette. Da hat das nämlich nicht so gut funktioniert. Das habe ich hier übrigens unten drunter. Und dann habe ich mir noch diesen Rosaton auch noch darunter gegeben. Also super, super geil. Bei dem Ton hatte ich ein kleines bisschen Probleme, also den auszublenden. Das war okay. War ein bisschen patchy. Ist bei Lila manchmal der Fall. Aber ansonsten waren die eigentlich alle richtig, richtig cool. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Swatches davon. Okay. Was mich gut am meisten interessiert hat, mich der blaue Ton und der goldene Ton und der rosane. Also diese erste Reihe, diese ersten drei Farben finde ich echt wirklich hammer mega geil. Okay. Also da freue ich mich total drüber. So. Jetzt muss man dazu sagen, diese drei Paletten, die gibt es auch eigentlich in groß. Bei den großen Paletten kostet eine 125 Dollar. Bei den kleinen ist es so, eine kostet 55. 55, ja genau. Und ich wollte mir eigentlich nur eine kaufen. Und dann habe ich aber ein Angebot gesehen, alle drei, für 125. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das lohnt sich. Dann probiere ich die einfach alle aus. Weil ich bin einfach ein Lidschattenpaletten-Fan. Muss ich ehrlich sagen. Das ist, ich finde auch, man kann das ja länger benutzen, als es da drauf steht. Hier steht drauf, dass es zwölf Monate hält. Aber ganz ehrlich, was soll da jetzt ein Lidschatten sein? Wenn ich das alleine benutze, was soll da jetzt passieren? Also ich finde es super genial. Also das ist schon mal, die finde ich schon mal richtig gut. Dann, ich habe alle übrigens einmal ausprobiert, auch schon auf meinem Lid. Weil ich mir gedacht habe, ich kann euch dann direkt zeigen, was habe ich damit für Looks geschminkt. Das ist ja halt auch irgendwie angenehmer. So, und diesen Look habe ich jetzt mit dieser La Vie en Rose Palette geschminkt. Ich habe einfach mal versucht, alle Farben auszuprobieren, die in der Palette sind. So, dann kommen wir zur nächsten. Die hatte ich drauf bei meinem Pink Box Unboxing. Und fand ich auch mega genial. Und diese Verpackung, ich habe das Ding jetzt schon mal aufgemacht. Die sieht, also die finde ich eigentlich am schönsten von der Verpackung mit diesem Grün und Gold. Und dieser Fliege hier drin, also ich weiß nicht, also ich komme nicht klar. Die Verpackung ist echt genial. Und wenn man das dann aufklappt, dann ist es so, also mega, oder? Sag mal, wie ihr das findet. Also die hat mich alleine mit der Verpackung schon so gekriegt. Ich bin echt ein Verpackungsopfer anscheinend. So, hier ist ein Spiegel wieder. Dieser Spiegel ist halt mega groß. Das ist wirklich schön. Und die Farben sind natürlich eher so in diese warme Richtung. Aber die haben sich so gut auftragen lassen. Und damit hat man wirklich mit allen drei Paletten vor allen Dingen, hat man so eine richtig schöne Auswahl. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, es ist nirgendwo so ein heller, matter Ton dabei, um das Lied zu setten. Die sind alle schimmernd bis auf einer. Das ist bei diesen ganzen Sachen so. Bei der La Vie en Rose war jetzt zum Beispiel auch nur dieser dunkle, lila Ton als matter Ton. Und hier ist es eben nur dieser braune Ton, der hier keinen Schimmer hat. Ansonsten swatche ich die euch mal. Die sind auch... Oh, das sind so wunderschöne Farben. Richtig tolle, warme Töne. Goldig, Ockerfarben. Und das ist das Pinkbox Unboxing. Da habe ich die getragen. Ich verlinke es euch nochmal. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit der letzten Palette. Und zwar ist das die Platinum Bronze. Und das ist die Verpackung. Sehr, 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 sehr schön wieder. Hier ist immer das Logo von ihr. Das ist auf allen Sachen aufgedruckt. Wenn man sie aufklappt, sieht sie so aus. Und diese Farben hier, die haben mich eigentlich am allermeisten angesprochen. Und damit habe ich einen kleinen Look geschminkt, als ich das erste Video aufgenommen habe, wo mir leider der Ton ein bisschen abgekackt ist. Und das blende ich euch jetzt einfach mal ein. Ich habe mir dann versucht, erstmal diesen jungleren Ton, also diesen leicht lederfarbenen, aufs ganze Lid verteilt. Das ist so eine easy Nummer mit diesen Lidschatten. Die sind halt alle schimmernd, aber nicht so krass schimmernd. Unterschiedlich. Teilweise so ein bisschen Satin-Finish. Teilweise ein richtiges metallisch-Finish. Und ich finde, es ist halt super tragbar, obwohl es halt Wumms hat. Und das ist das, was mich daran am meisten gereizt hat. Dass man diese Sachen halt auch tagsüber tragen kann, obwohl man Schimmer hat. Und ich glaube, diese Palette, gerade diese Platinum Bronze, die werde ich auch tagsüber gut tragen können. Das hat mir richtig gut gefallen. Jetzt würde mich mal interessieren, welche Palette euch am meisten davon interessieren würde. So, jetzt gehen wir weiter zu dem Lipgloss, dem letzten Teil. Und das ist auch das Teil, was ich an euch verlosen werde. Und zwar nicht nur an einen, sondern ich werde drei Leute ziehen. Ich zeige euch das gute Stück mal. So sieht der aus. In der Farbe Platinum Bronze. Kommt mit so einem schönen Applikator. Der riecht richtig toll. Ich trage den mir einfach mal hier on top drauf. Ich zeige euch aber auch gleich mal, wie ich den aufgetragen habe. Einfach auf pur auf die Lippen, dass ihr euch das mal vorstellen könnt, wie das ausschaut. Ich komme mal was näher. Also, ich finde den mega. Der ist richtig super tagsübertragbar abends. Der ist richtig nass glänzend. Hat ganz kleine Schimmerpartikel drin. Die Farbe ist so Peach Rosé. Eher mehr so Peach Bronzy. Durch diese goldenen Reflexe, die da drin sind, ist das eine wunderschöne Farbe. Allerdings auch alltagstauglich. Und die gibt es auch noch wesentlich heller. Aber das Schöne ist halt, die glänzen so sehr, dass das einfach immer super aussieht. Und die hatten mir ein bisschen was zu viel geschickt. Und deswegen habe ich hier noch drei weitere. Das schicke ich jeweils an einen von euch. Alles, was ihr dafür eigentlich nur tun müsst, ist mir einen netten Kommentar da lassen. Abonnent meines Kanals sein. Wir sind ja jetzt schon über 500. Ich danke euch ganz vielmals dafür, dass ihr, wenn ihr regelmäßig meine Videos schaut. Ich freue mich total. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, über jedes Like. Ich finde das echt super, auch die ganze Kommunikation. Und ja, alleine die Verpackung auch hier sieht schon mal mega aus. Und wenn ihr das gewinnen wollt, schreibt mir einfach einen Kommentar. Seid Abonnent meines Kanals. Dann picke ich einfach drei Leute raus. Ich mache das per Zufallsgenerator. Entweder, es kommt drauf an, wie viele das sind. Ich mache das manchmal per Hand. Vielleicht werde ich auch ein Programm auslosen. Das weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall wird es fair sein, wie immer. Und manchmal mache ich das ja auch live. Und die Verlosung wird übrigens einen Monat gehen. Also bis zum 25. Juni. Und ich mache zwischendurch, werde ich auch noch eine weitere Verlosung machen, die ein bisschen fetter wird. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und ich finde das aber richtig cool. Übrigens kosten die 28 Dollar einer. Also geht es hier um eine knapp 100 Dollar Verlosung für diese drei Lipglosse. Und eventuell werde ich in meine fette Verlosung auch noch einen reinpacken. Weil ich habe wirklich sehr viele aus Versehen doppelt bekommen. Okay. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst bitte ein Like da. Und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr an der Verlosung teilnehmt. Wenn ihr reichlich euch beteiligt. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, wenn ihr sehen wollt, was ich in Vegas so mache. Ich werde da so ein bisschen, ja nicht vloggen, aber so ein paar Bilder posten. Ich bin noch nicht so sehr aktiv gewesen auf Instagram bislang. Aber ich habe mir gedacht, ach, das kann ich ja jetzt im Urlaub mal ein bisschen ändern. Da filmen eh alle und da ist das ganz normal. Und ja, ich mich auch gerne fertig mache. Eigentlich jeden Abend im Urlaub. Ich stehe halt auf Make-up. Ich habe da richtig Bock drauf. Da werde ich diese Paletten auch mitnehmen. und coole Looks zaubern, auch mit anderen Sachen. Und ich bin da immer voll glam. Also ich habe da einfach Bock drauf. Und dafür ist diese Stadt halt einfach richtig gut geeignet. Und ja, folgt mir auf Instagram. F-Favorites ist da mein Name. Ich verlinke euch das aber alles nochmal. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich verlinke euch hier nochmal zwei weitere Videos. Und hier könnt ihr auch nochmal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dann. Ciao.